Ein herzliches Hallo von mir an euch! Ich freue mich, dass ihr bei einem neuen Let's Play wieder dabei seid. Ich zeige euch hier auf meinem Kanal mein im Stream gespieltes Little Nightmares. Also ich habe das Spiel im Stream gespielt, ich zeige es euch aber hier nochmal. Das Spiel war das letzte Spiel im Jahr 2020, was ich beendet habe. Das heißt, ihr seht das hier mit so ein bisschen Verspätung, aber das tut dem ganzen Jahr keinen Abbruch. Ich freue mich, wenn ihr auch die nächsten Folgen mitguckt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Let's Play und bis die Tage. Bleibt gesund! Das ist komplett Susi. Habe ich Geschenke bekommen? Geschenke bekommen? Ich habe gerade Geschenke bekommen und so. Und ich hoffe, es leckt nicht so. Ich habe die Quali runtergeschraubt. Holan! cool ja ich habe mich auch sehr gefreut da ich ja weiß dass Little Nightmares 2 jetzt erschienen ist oder erscheinen wird irgendwie dachte ich mir ich muss mal Little Nightmares spielen ich muss aber kurz raus haben ich muss nämlich die Vorschau bei mir im OBS ausmachen das stört mich das lenkt mich ab wir sind wir sind ein kleiner Dude meine Maus ist immer oben links in der Bildecke aber ich kann die nicht weg machen wir sind ein kleiner Dude ich glaube wir werden noch erfahren wer genau wir sind das ist ein bisschen wie der kleine Timmy nee wie hieß der bei S der kleine mit seinem gelben Regenmantel der verschwindet Johnny nee Timmy nee ich weiß nicht mehr wie er heißt sehr schön Karin war die ganze Sorge umsonst ich gehe einfach mal intuitiv mein Feuerzeug das ist Ducken das ist Handheben das ist Rennen wir werden so noch die Frage ach so ich musste das greifen wir brauchen einen neuen Timmy Sehr schön, Karin Ich weiß noch nicht so richtig Was unsere Aufgabe ist Es geht nur um kleine Albträume Ich meine, das Spiel heißt zumindest so Ich bin gespannt Es wird einbrechen Nee, okay Nein Kann ich hier irgendwas tun? Schnapp nicht Schnell Hier kann ich was greifen, oder? Wie kriege ich das Kriege es glaube ich nicht auf Also ich kann es greifen Aber ich weiß nicht in welche Richtung ich ziehen muss, damit es aufgeht Okay Geht nicht auf Es geht auch nicht auf Oh, da ist ne Puppe Das ist Mulan Wesen kann ich auch nicht bewegen Da geht es weiter Ich gehe mal kurz zu Mulan Ich glaube ich soll sie mitnehmen Hier kommt ein Lichtstrahl hin Das ist ja wohl kein Zufall Ich gehe mal kurz zu Ich glaube sie muss doch doch nicht hin Ich glaube ich muss sie mitnehmen Mulan Ich warte immer drauf Ich warte immer drauf, dass jetzt hier schon irgendwas passiert Und ich glaube hier soll noch gar nichts passieren Die gehen werfen Ich glaube mit Das wollte ich nicht Entschuldigung Ich dachte ich muss hier irgendwas machen Wo das Licht ist Ich habe ne Errungenschaft freigeschaltet Nervöse Sprünge Oh, warte mal Ich bin so schwach Ich will gern das Wasser auffangen Aber ich kann das alles nicht ziehen oder schieben Oder brauche ich das Ding da oben Moment Ja, aber mir dauert es länger als vier Stunden Das glaube ich auch Aber wir haben ja Zeit Ich habe Zeit mitgebracht Aber ich komme hier nicht durch Ich bin durchgekommen Okay So, das ist wichtig 2020 Oh Oh Aber Nee, warte mal Ich will den Brief lesen Kann den Brief nicht Wieso kann ich den Brief nicht lesen Tschuldigung Wie Kann ich ihn nicht runterholen? Die Matratze kann ich nicht nehmen. Aber es muss ja einen Grund haben, dass ich den Stuhl bewegen kann. Nein! Den Stuhl. So, damit komme ich an die Türklinke, wahrscheinlich. Ja, ich hänge immer vorne an der Ecke. Okay, weiter geht es nicht. Ich würde den Brief gerne lesen. Kann ich das Lohpapier anzünden? Nein. Ja, sieh mich, sieh mich versagen. Hier ist irgendeine eklige Flüssigkeit. Hier ist was passiert, auf jeden Fall. Oh, hier muss ich weiter, oder? Sollte ich erst hinten gucken gehen? Ja, aber ich kann es ja nicht mitnehmen. Es möchte ja niemand haben. Ich kann es niemandem... Ich kann es niemandem geben. Deswegen dachte ich mir, ich zünde es einfach an. Oh! Hauptsache, auf vier lage ich. Und mit Muster. Oh, hier, das kommt wieder runter. Habe ich jetzt dort unten ein Geheimnis verpasst? Habe ich jetzt da unten eventuell ein Geheimnis verpasst? Wir machen Speedrun, okay? Was sind das? Das sind kleine Pyramide-Heads von DVD. Kleine Henker. Kleine Henker. Aua! Nein, schnell! Kann ich sterben in dem Spiel? Ja. Recycling ist das Lösungswort. Ja. Recycling ist das Lösungswort. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Warum bin ich da runtergefallen? Oh mein Gott. Schreck mich nicht. Da muss ich nicht... Lang. Ich glaube, die zeigen mir den Weg, oder? Die kleinen... Oder auch. Oben. nectarine, sind die dort. Alkohol. Das ist wirklich gar nicht. Und, was, wenn ich hier bin, hinzu. Ich finde ja schon Klopapier mit Muster eigentlich ein bisschen unnötig. Äh, nein, 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 nein. Da oben. So. Frage nach dem Tod beantwortet. Absolut. Aber es gibt, denke ich, ganz gute Kontrollpunkte. Ich bin hier erst schon erschrocken. So. Jetzt. Schafft. Okay, hier muss ich springen, oder? Es ist besser, dort nicht zu springen. Okay. Ich hab's verstanden. Juhu! Okay, hier. Habe ich jetzt was davon? Hier ist ein... Guck mal! Guck mal! Oh ne, ich nehm das mit. Nein! Nein! Das erinnert mich so ein bisschen an Brothers, A Tale of Two Sons. Kennt ihr das? Habt ihr das auch gespielt? Das mochte ich tatsächlich sehr, das Spiel. Und so von der Art und Weise ist das so ein bisschen wie Brothers. Klopapier! Ganz viel! Hallo Julia! Schön, dass du da bist. Ich nutze er erst zum Umschauen. Oh! Ich... Verstanden. Hör zu. Dieses Spiel. Also ich glaube, unser Papa hat sich auf jeden Fall umgebracht. Oder wurde... Also ich verstehe es nicht ganz. Er hat sich erhängt. Aber am Kühlschrank hatten wir... Ja, sind auch wieder so nutige Abdrücke. Oh, dafür gibt es bestimmt ein Achievement. Oh! 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 Oh, der Zigarettenstümmel. Dafür gibt's Achievement. Ich wette. Nein. Es gibt kein Achievement dafür. Okay, also wir müssen hier rüber schaukeln irgendwie. Ähm... Glaub ich zumindest. Nicht so einfach. Auf der Matte kann ich nicht springen. Spät. Verzögert. Ne, das war nicht bei Epic dabei, Julia. Das hab ich auf Steam geschenkt bekommen. Bei Epic war das nicht mit drin. Ähm... Also nicht, dass ich wüsste? Also nicht, dass ich wüsste? Wie komme ich jetzt hier weiter? Muss hier irgendwo ist... Muss hier irgendwo ist... Muss hier ein Schalter... Da ist ein Schalter. Moment. Okay. Werfen geht nicht. Oh, mit dir? Mit dir werfen. Ähm... Äh... Äh... Oh, nicht so richtig. Wozu ist hier eine Wippe? Oh, I understand. Dann... So... Dann... So... Dann... Ich verstehe doch nicht so ganz. Bin ich wieder hier? Es kann sein, dass da auch irgendwie sowas ähnliches war. Jetzt rollt die Klorolle. Weg. Ich muss an den Schalter dort oben ran. Geht nicht. Geht nicht. Sind wir auf einem Hausboot? Eigentlich? Das war ja jetzt... Nee, weiter hoch kann ich nicht. Diese Spiele, wo ich dann einfach nicht weiter weiß, ne? Was soll mir das eigentlich sagen? Das sind Kinderhände und ein Auge. Hier auch. Oh, ich... Kann ich hier die Dinger aufziehen? Jetzt geht es. auf? Oh, jetzt. Was muss ich denn jetzt hier aufmachen? Was muss ich denn hier aufmachen?